Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Eagle Eyes. Heute möchten wir euch ein Gadget vorstellen. Es handelt sich um den Ice Strike Shuttle, welcher uns freundlich zur Verfügung gestellt wurde von Get Digital. Auf der Verpackung sehen wir ein erstes Produktbild und die Modellbezeichnung. Auf der Rückseite finden wir eine Kurzbeschreibung, Bilder von der Steuerungs-App und ein weiteres Produktbild. So, let's see what's up inside. Natürlich ist der Ice Strike Shuttle selbst mit dabei, ein Stabilisationsring für Fluganfänger, eine Bedienungsanleitung, Ersatzrotorblätter, ein Ball zum Abwerfen, drei Standfüße und ein Ladegerät für den Flugakku. Hier finden wir den Ein- und Ausschalter, das Fach für den Akku, ein Montageloch für den Standfuß und hier ist der Anschluss zum Laden. Bevor wir losfliegen, möchten wir euch zeigen, wie leicht ihr die Standfüße samt Stabilisationsring befestigt. Der Stabilisationsring hilft Fluganfängern beim Starten und Landen enorm. So schaut die Steuerungs-App aus. Hier finden wir die zwei Hauptsteuerungen, die Trim-Funktion hier unten und für den Notfall haben wir einen Emergency-Stop. Uns hat der Ice Strike Shuttle gut gefallen. Die Steuerung ist leicht zu lernen und der Ice Strike Shuttle übersteht auch Abstürze ohne Beschädigung. Wer Spaß am Fliegen hat oder einfach mal seine Mitbewohner mit dem Ball abwerfen möchte, der kann hier zugreifen. An dieser Stelle möchten wir uns bei GetDigital bedanken. Den Link zur Firmen-Homepage und weitere Informationen zum Ice Strike Shuttle selbst findet ihr immer unten im Infokasten. Bis zum nächsten Mal, euer Igeleis Team.